Zum Weltfrauentag haben wir uns in die Innenstadt begeben und die weltoffenen Wörglerinnen und Wörgler gefragt, was für sie der Weltfrauentag bedeutet. Ja zum Weltfrauentag, was kann man da sagen? Also es gibt so viele Frauen, die das ganze System erhalten. Eigentlich ist ein Tag für die Frau viel zu wenig, genauso wie der Muttertag für die Mutter viel zu wenig ist. Weil Weltfrauentag ist, tue ich mit meiner Tochter heute in Wörgler ein bisschen shoppen. Für mich ist der Weltfrauentag ein ganz wichtiger Tag und ich hoffe, dass auch ganz viele Leute darauf aufmerksam gemacht werden, dass im Großteil der Welt Frauen nach wie vor total benachteiligt sind, unterdrückt werden, misshandelt werden und Opfer der Gesellschaft sind. Ich finde es eine ganz tolle Einrichtung, dass man mal ein bisschen eine Wertlegung auf die Frauen legt und einfach schaut, wie das Ganze weiterentwickelt. Wir dürfen das echt nicht außer Acht lassen, auch die ganze Organisation, vom Familienleben. Sie werden weltweit gesehen nicht so wertgeschätzt, wie sie wertgeschätzt werden sollten. Und ich hoffe, dass die Gesellschaft sieht, dass ganz viel da werden muss und dass auch viel du wird. Die Frauen, die sind schon sehr, 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 sehr wichtig. Natürlich auch neben den Männern, das muss man auch sagen. Mich freut es voller, dass Weltfrauentag ist und ich wünsche allen einen schönen Tag. Denkt heute an die Powerfrauen in eurem Umfeld und macht ihnen eine kleine Freude. Die Frauen, die sind schon sehr, 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 sehr. Untertitelung des ZDF, 2020